Ich feiere Sido grundsätzlich, auch den neuen Sido, also was heißt neu, aber den bisschen gediegeneren, den mag ich auch sehr gerne. Das Ding ist, die Attitüde von damals war so, mir war alles scheißegal, ich hätte morgen tot sein können, scheißegal. Mittlerweile weiß ich das alles sehr zu schätzen und da musst du eben deine Attitüde dafür auch ein bisschen ändern, damit du das, was du zu schätzen weißt, auch behalten kannst. Wäre ich noch derselbe Sido wie früher, also… Das hält man nicht lange durch wahrscheinlich. Hätte ich definitiv nicht lange durchgehalten und ich wäre auch nicht da, wo ich heute bin und so glücklich, wie ich heute bin und ich hoffe natürlich auch, dass jeder Fan und auch jeder, der sagt, früher war es besser, dass er trotzdem sagt, ich freue mich für ihn, dass es ihm heute besser geht als früher. Ich bin jetzt mal wieder. 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 Ich bin jetzt mal wieder.